Es gibt ja nichts Ärgerlicheres, als wenn einem das Auto geklaut wird. Man braucht eine Weile, bis man kapiert, nein, ich habe es nicht verloren, das hat mir einer weggenommen. Und man wüsste ja zu gerne, wer es jetzt hat. Aber klar, da muss man sich keinen Illusionen hingeben, das sieht man nie wieder. Autos werden oft geklaut in Deutschland. 18.000 sind es pro Jahr. Man tritt morgens auf die Straße und die Karre ist einfach weg. Johannes Edelhoff hat sich mit einem Kollegen vom Magazin der Süddeutschen Zeitung auf die Suche gemacht nach diesen geklauten Autos. Und wissen Sie was? Sie haben viele gefunden. Sie fahren einfach so auf den Straßen in Tadschikistan. Na super, dann kann man sie ja zurückkriegen. Tja, hier beginnt die Geschichte kompliziert zu werden. Das ist die Geschichte von einem bitterarmen Land, Tadschikistan. Und doch fahren hier auffällig viele teure Autos. Die meisten sollen in Deutschland geklaut worden sein. Das Verbrechen beginnt meist in besonders friedlichen Gegenden. Etwa hier, im grünen Hamburg-Poppenbüttel. Otto Addo, Ex-Fußball-Profi, heute HSV-Jugendtrainer, konnte eines Morgens seinen Range Rover nicht mehr finden. Da war dann der Wagen weg. Ich habe dann kurz überlegt, ob ich vielleicht, da vielleicht jemand vom Haus stand und mich woanders geparkt habe. Bin dann nochmal kurz reingegangen zu meiner Frau und sie meinte, nee, nee, sie war auch zufällig am Fenster, am Küchenfenster, hat gesehen, dass ich da geparkt habe. Und bin dann trotzdem nochmal die anderen Straßen abgegangen und habe dann die Polizei gerufen. In Addos Straße schlug wohl eine ganze Diebesbande zu. Nicht nur sein Wagen wurde geklaut. Da wurde mir dann gesagt, dass ich auch nicht der Erste bin in der Woche. Dass ganz viele Autos, BMWs, Audis, auch Range Rovers geklaut wurden. Autodiebstahl ist ein professionelles Geschäft. Pro Jahr werden 18.000 Autos in Deutschland gestohlen. Dahinter steckt meist eine organisierte Automafia. Die Frage nach den Tätern lässt sich für uns so beantworten, dass im hochpreisigen Segment bei neuen, hochwertigen Fahrzeugen praktisch nur noch professionelle Banden tätig sind. Und die kommen bei uns hier am Landeskriminalamt, bei den Fällen, die wir bearbeiten, im Moment ganz überwiegend aus Litauen. Professionelle Banden aus Litauen. Dieser Mann organisierte den Diebstahl Dutzender Autos. Die Bestellung kam per Telefon. Teure Luxuswagen. Dann schickte er mehrere Diebe gleichzeitig auf Raubzug. Wie teuer ist denn so ein Auto in Litauen? Jetzt aktuell ist nichts sehr teuer. Also die neueste 7er BMW X6 kostet ungefähr von 5.000 bis 7.000 Euro. Mehr nicht? Mehr nicht. Wir arbeiten heute wie Hacker, sagt uns der Mann. Zwar sind die Wagen mit Computertechnik gesichert, doch die knacken die Diebe mit teurem Hightech-Werkzeug. Und das gibt es für fast jedes Fahrzeug im Internet. Solche Geräte sind mittlerweile so einfach zu kaufen wie ein Buch. Und in Videos zeigen die Verkäufer stolz, mit dem teuren Werkzeug lässt sich fast jedes Auto hacken. Wir müssen die Kiefer so setzen und pressen Enter. Jetzt ist die Kiefer schon in der Fahrt programmiert. Der Diebe macht auf, macht auf, steigt ein in das Auto, macht das Auto an. Das dauert 2-3 Minuten mal, wenn alles gut geht, ruhig und geht der Fahrer rein und fährt sofort los. Die Kuriere fahren die geklauten Autos dann nonstop von Deutschland nach Litauen. Der Automarkt in Kaunas. Hier konfisziert die Polizei regelmäßig gestohlene Wagen. Deshalb werden die möglichst schnell außer Landes gebracht. Etwa per Zug nach Tatschikistan. Denn das Land hat hier einen sagenhaften Ruf. Mit geklauten Autos kann man angeblich ohne jede Angst vor Behörden umherfahren. Schon 2011 gab es 800 Verdachtsfälle nach Auswertung von Transportlisten für den Bahntransport von Litauen nach Tatschikistan. Und auch danach konnten wir weiter feststellen, dass bei uns entwendete hochpreisige Fahrzeuge in Richtung Tatschikistan verschoben werden sollten. Auf diesem Weg wurden demnach mehr als 1000 in Deutschland gestohlene Autos in das weit entfernte Land geliefert. Tatschikistan, am Rand des Pamirgebirges. Wir fahren hin und machen uns selbst auf die Suche nach den verschwundenen deutschen Luxusautos. Das Land? Eines der ärmsten der Welt. Durchschnittseinkommen 60 Euro im Monat. Das ist weniger als in weiten Teilen Afrikas. In Mauretanien oder im Senegal. Doch die Hauptstadt Duchamp-B ist voll mit teuren Autos. Mercedes, Porsche, BMW. Neupreis oft mehr als 100.000 Euro. Sind die alle beim lokalen BMW-Händler gekauft? Kurze Recherche. Lokale BMW-Händler gibt es hier nicht. Ebenso wenig wie etwa Händler von Range Rover. Und die neuen Besitzer? Wer ein Luxusauto kauft, hat gute Kontakte zur Politik, heißt es. Was auffällt, viele sind sehr jung. Ich bin Geschäftsmann. Ich habe mit 16 angefangen zu arbeiten. Jetzt bin ich 25 und habe dieses Auto gekauft. Ich kaufe immer nur BMW. Es heißt, solche Autos in Tatschikistan seien oft geklaut. Nein, das ist nicht gestohlen. Ich habe es aus Deutschland. Es ist nicht gestohlen. 100%ig? Kein Problem. 100% ist no problem. No problem, sagt er und gibt Gas. No problem, das behauptet auch die tatschikische Regierung. Tausende geklaute Autos ins Land zu bringen, unmöglich. Um das zu beweisen, hat man uns zum Zoll eingeladen. Dieser Beamte soll vorführen, in der Republik Tatschikistan wird jedes Importauto streng nach Verordnung 441 kontrolliert. Wir prüfen die Dokumente, die wir bislang haben. Sehen Sie hier, hier steht der Name des Fahrzeugbesitzers, der Fahrzeugtyp. Und hier die Fahrzeugidentifikationsnummer. Bitteschön, filmen Sie hier. Auf dem Auto steht die gleiche Nummer wie auf dem Dokument. Das Problem, die Nummer auf dem Auto ist schwer zu fälschen, die Nummer in Dokumenten hingegen nicht. Um zu prüfen, ob ein Auto geklaut ist, müsste die Nummer auf dem Auto mit der Datenbank von Interpol abgeglichen werden. So etwas könnte auch der Zollbeamte veranlassen, wenn ihm ein Fahrzeug verdächtig erscheint. Wie oft veranlassen Sie so eine Überprüfung, wollen wir vom Zollchef wissen. Wie oft haben Sie Zweifel? Bis heute gab es solche Zweifel noch nie, weil alle Fahrzeugnummern auf den Dokumenten immer mit den Nummern der Autos übereinstimmten. Keine einzige Überprüfung bei Interpol, zumindest in dieser Zollstation. Seltsam, denn auf den Parkplätzen der Hauptstadt Dushanbe beschleichen uns öfter Zweifel. Bei diesem BMW etwa wurde das deutsche Kennzeichen aus der Umweltplakette herausgekratzt. Wer in Tatschikistan ein Auto kaufen will, kommt hier hin, zum großen Automarkt von Dushanbe. Hier gibt es offenbar zwei Sorten von Autos. Die, die geklaut sein könnten und die, die wohl legal importiert wurden. Etwa solch alte Autos. Die sind hier auffallend teuer. Diese Verkäufer haben einen 15 Jahre alten Golf importiert. So ein Golf, der kostet wie viel? 6.000 Euro. Äh, 6.000 Dollar natürlich. 6.000 Dollar? Ja. Und das ist aber ganz schön viel Geld eigentlich für so ein Golf, oder? Der ist von wann? Ich weiß nicht, aber das transportieren hier aus Deutschland, hier in Tatschikistan, deshalb sehr teuer hier. 1.000 Euro und mehr kostet der Transport per Zug, sagt der Händler. Das heißt, eigentlich müssten alle Autos hier teurer sein. Gilt das auch für die Luxusautos? Wir geben uns als Käufer aus und drehen mit versteckter Kamera. Schauen uns einen BMW X5 von 2012 an. Was das Auto kostet, wollen wir wissen. 26.000 Euro. Das ist extrem billig. Der Neupreis liegt bei etwa 70.000 Euro. Der Wagen hat noch eine deutsche Umweltplakette. Und wir filmen die Fahrzeug-Identifikationsnummer. Die schicken wir der deutschen Polizei. Wir haben jetzt eine E-Mail bekommen zu dem Auto auf dem Automarkt. Zu der Fahrgestellnummer. Sehr geehrter Herr Edelhoff, der Wagen mit der Fahrgestellnummer gehört zu einem im Dezember 2012 in Hildesheim gestohlenen BMW X5. Der ist also geklaut aus Deutschland. Ein Zufallstreffer? Wir suchen weiter. Treffen uns mit einem Autoverkäufer vor einem Einkaufszentrum. Er hat einen weißen BMW X6 im Angebot. Ob wir Probleme mit den Papieren haben werden, wollen wir wissen. Nein, versichert er uns. Das sei alles kein Problem. Auch hier filmen wir die Fahrzeug-Identifikationsnummer. Und auch dieser BMW wurde geklaut im Winter 2012 in Berlin. Als wir gehen wollen, bitten uns die Verkäufer mitzukommen. Sie hätten da noch was für uns. Sie führen uns in einen Hinterhof. Voller Autos. Range Rover, BMW, Porsche. Ob die Wagen geklaut sind, wissen wir nicht. Aber sie sind alle auffällig billig. Ein Porsche Cayenne kostet hier gerade mal 9000 Euro. Es ist also recht einfach, geklaute Autos in Tatschikistan zu finden. Vor 3 Jahren durften sich hier sogar deutsche Polizisten persönlich umsehen und kontrollieren. Das konnten wir auch feststellen bei Kontrollen, die im Jahr 2011 vom Bundeskriminalamt in Tatschikistan durchgeführt wurden. Dort sind in Dushanbe und in einer anderen Stadt Kontrollen von hochpreisigen Fahrzeugen vorgenommen worden. Das Ergebnis damals, 25 Autos kontrolliert, 24 davon waren geklaut. Mit nach Deutschland nehmen durften sie die nicht. Die Polizei kann nicht helfen. Für deutsche Versicherungen ein großer Schaden. Deshalb beauftragen sie sogenannte Rückholer. Männer wie Pavel Nowitzki. Sein Job ist es, in Deutschland gestohlene Autos aus dem Ausland zurückzuholen. Er reiste nach Tatschikistan. Doch die lokalen Behörden wollten für ihn keine Autos konfiszieren. Jetzt ist er überzeugt, Freunde und Familie des Präsidenten sind mit den geklauten Autos unterwegs. Mein Eindruck war, dass die Leute, die Fahrzeuge gekauft haben, keine normalen Bürger der Stadt Tatschikistan waren. Ich habe auch von diplomatischen Quellen erfahren, dass es sich um die Leute gehandelt hat, die mit dem Präsidenten der Republik Tatschikistan mehr oder weniger zu tun haben. Es geht um geschäftliche oder familielle Connection. Schwere Vorwürfe. Fakt ist, Präsident Rahmon ist in Tatschikistan allgegenwärtig und nahezu allmächtig. Regiert seit 22 Jahren. Baute sich den größten Fahnenmast der Welt direkt vor seinen Palast. Doch dass am Steuer der geklauten Autos tatsächlich verwandetes Präsidenten sitzen, ist nicht zu belegen. Und Tatschikistan streitet es vehement ab. Deshalb lädt der Innenminister uns, die Reporter vom Magazin der Süddeutschen Zeitung und von Panorama, zum Interview ein. Er hat ein bisschen Verstärkung mitgebracht. Alles, was Rang und Namen hat, von Polizei, Zoll und Außenministerium. Er erklärt, die Vorwürfe gegen die Familie des Präsidenten seien eine Beleidigung. Und, dass tausende geklaute Autos im Land seien Stimme nicht. 78 gestohlene deutsche Autos habe man identifiziert. Zurückgeben will das Land aber nur fünf. Denn? Die Tatschiken sind laut Verfassung der Republik Tatschikistan die rechtmäßigen Besitzer, da sie die Autos gutgläubig aus dritter oder vierter Hand gekauft haben. Punkt. Heißt, die Tatschiken hätten nicht wissen können, dass die Autos geklaut sind. Deshalb behalten sie auch die meisten. Doch das Gerücht von der Präsidentenfamilie kursiert auch im politischen Berlin. In einem Brief vom Berliner Justizsenator an das Auswärtige Amt heißt es, die Mehrheit der Fahrzeuge befinde sich im Besitz von Personen, die wirtschaftlich und familiär mit der Familie des Präsidenten verbunden sind. Offiziell äußert sich die deutsche Regierung dazu nicht. Immerhin, der Berliner Justizsenator fordert die Rückgabe aller in Deutschland geklauten Autos. Ich habe eben das Auswärtige Amt eingeschaltet, habe jetzt auch mit dem aktuellen Amtsinhaber Steinmeier schon zweimal darüber gesprochen. Und wir sind uns einig, dass wir den Druck auf Tatschikistan erhöhen. Aber das ist ein dickes Brett, da muss man konstant dran bohren. Und das haben wir vor. Inzwischen teilt das Auswärtige Amt mit, die Rechtshilfeersuchen seien erledigt. Die Zahl der erledigten Fälle nennt es aber nicht. In Tatschikistan stehen jedenfalls noch jede Menge geklaute Autos. Auch den Range Rover von Otto Ardo haben wir gefunden, mitten in Duchampé. Über das Kennzeichen auf der Umweltplakette hätte ihn auch die örtliche Polizei leicht identifizieren können. Also das sieht auf jeden Fall genauso aus. Hinten gibt es eine silberne Leiste am Kofferraum. Die habe ich schwarz lackieren lassen, die war da auch schwarz. Das ist genau so, also eins zu eins, genauso wie ich ihn bestellt habe. Und ich gehe davon mal ganz stark aus, dass das war und alles. Beeindruckend, wie leicht er zu finden war. Doch es hilft nur wenig. Denn wenn ein ganzer Staat nicht kooperiert, ist die Polizei aufgeschmissen. Das wissen auch die Diebe.